Das ist eine der humorvollsten bayerischen Geschichten von Ludwig Thoma, der Münchner im Himmel. Alois Hingerl, Nummer 172, Dienstmann in München, besorgte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlagegerühr zu Boden fiel und starb. Zwei Engel zogen ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er von St. Petrus aufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von acht Uhr früh bis zwölf Uhr mittags Frohlocken und von zwölf Uhr mittags bis acht Uhr abends Hoseana singen. »Ja, wann kriegen wir ja was trinken?« fragte Alois. »Sie werden ihr Manner schon bekommen«, sagte Petrus. »Auweh«, dachte der neue Engel Aloisius, »des wird Schäffahrt.« In diesen Momente sah er einen roten Radler, und der alte Zorn erwachte in ihm. »Du Lausbuer, du Mistiker«, schrie er, »kämt's Öde rauf, ha?« Und er versetzte ihm einige Hiebe mit dem errarischen Himmelsinstrument. Dann setzte er sich aber, wie es ihm befohlen war, auf eine Wolke und begann zu frohlocken. »Halleluja!« Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihm vorüber. »Sie, Herr Nachbar, Herr Nachbar«, schrie Aloisius, »hom Sie vielleicht der Schmeizler bei Ihnen, hä?« Dieser lispelte nur »Hothianna« und flog weiter. »Ja, was ist jetzt des für Hans Wurscht«, rief der Aloisius. »Nacher haben's halt kein Schneizler, sie Engel, sie Borniger, sie ausgeschäumter.« Dann fing er wieder sehr zornig zu singen an. »Halleluja!« »Himmel, Herrgott, Erdapfel, Sakrament, halleluja!« Er schrie so, dass der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe erwachte und ganz erstaunt fragte, »Was haben wir denn da für einen Lümmel heroben?« Sogleich ließ er Petrus kommen und stellte ihn zur Rede. »Horchen Sie doch«, sagte er. Sie hörten wieder den Aloisius singen. »Halleluja!« »Himmel, Herrgott, Sakrament, uja!« Petrus führte sogleich den Aloisius-Hingerl vor den lieben Gott, und dieser sprach, »Ah, ein Münchner, natürlich. Ja, sagen Sie einmal, warum plärren Sie denn so unanständig?« Alois war aber recht ungnädig, und er war einmal im Schimpfen drin, »Jo, was glauben denn Sie?« sagte er, »Weiß Sie, der liebe Gott, dann müsst ich singen, wie er zu heiß sein den ganzen Tag. Trinker kriege ich auch nix. Amanna,« hat der Ander gesagt, »kriege ich auch amanna. Sobald gehst du mir mit deinem Manna. Überhaupt singe ich nimmer.« »Petrus«, sagte der liebe Gott, »mit dem können wir da herum nichts anfangen. Für den habe ich eine andere Aufgabe. Er muss meine göttlichen Ratschlüsse der bayerischen Regierung überbringen. Da kommt er jede Woche ein paar Mal nach München.« Des war Aloisius sehr froh, und er bekam auch gleich einen Ratschluss, für den Ministerpräsident Söder zu besorgen, und flog ab. Allein nach seiner alten Gewohnheit ging er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Herr Söder wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war Franziska Hünsch, 2020